Wir sind heute auf dem Samstag, Tropical Island, Familienausflug, mit Kindern und wir müssen feststellen, unglaublich voll, extrem voll, wahnsinnsgroße Schlange und wir sind ganz gespannt, was hier heute noch passiert. Wir haben mitten die Sprechspartner gefunden, Tropical Island, alles voll, keine Sitzgritze, keine Liegen, wir waren um 10 Uhr hier, jetzt meine Sprechspartner, ich sitze auch sehr an den eben jetzt. Ja, das ist Müller immer, da hat man dort meine Nase zu, hat so einen Schnupfen, Stehparty, Stehparty in Tropical Island. Aber meine Süße, die macht nix in Schwimmen, Meerjungfrauen schwimmen und sie ist happy. Wir kriegen das auch in Wasser und genießen das Stehen. Ja, das ist wohl in einer riesen Erlebniswelt, aber eben. Voll, zu voll. Das ist Schwester. So, Marco, was sagst du? War ein Rennverletter. Muss ich nicht nochmal haben. Also, das war ganz schön drücken, die wir sind da. Wille, was sagst du? War ein Rennverletter, am Wochenende, nee. Ist zu voll, zu voll. Zu voll. Ja, und wir klären, die wetteln mal. Ich will das auch, ich will das auch. Und ich wette mal mal nicht. Nein, Rott, 20 Liegestütze. Okay, 20 Liegestütze, dann krieg ich wieder. Okay. 20 Liegestütze. Oh, und das haben sie sich gerade verdient für 20 Liegestütze. So muss das sein. Man muss immer erst etwas erledigen, ja. Und dann gibt es auch eine Belohnung. So, jetzt aber mal ernsthaft. Ja, also Tropica Island, für Eltern mit Kindern, äh, traumhaft. Ja, die haben hier reichlich Spielmöglichkeiten. Aber wenn es zu voll ist, so wie heute, dann ist es unerleitend. Aber ansonsten, einfach traumhaft. Für alle Kinder und Eltern kann man also empfehlen. Erst recht, wenn man hier noch eine Wohnung, oder, äh, eine Wohnung, kann man hier eine Wohnung, Hotel, äh, Zelte, kann man hier alles noch anbieten. Man kann hier pennen. 24 Stunden ist das Teil hier öffnet. Schon krass. Und die hier in die Zauberland haben. Tropica Island. So, dazu kommt ja noch Tropica Island kann man hier auch in einer super Sauna-Landschaft nutzen. Also eigentlich, alles mega, ey. So, jetzt bin ich hier draußen. Oh, Luft. Frische Luft. Ja, die Luft ist auf jeden Fall besser als drinnen.